Die Besuchermassen haben hier am Osterdeich Spuren hinterlassen. Während der restliche Müll heute von Hand aufgesammelt werden kann, benötigt der Rasen jetzt besondere Zuwendung. An einigen Stellen muss neu gepflanzt werden. Ich schätze mal, das dauert so, wenn wir gesät haben, vier bis sechs Wochen, bis die kleinen Grassamen gewachsen sind. Und dann ist alles wieder tippitoppi. Doch bevor hier Rasen ausgesät werden kann, muss noch einiges abgebaut werden. Rund 100 Helfende sind deshalb seit gestern Nacht im Einsatz. Es kommen Zeltbauer, es kommen Gerüstbauer, die Technik wird aus den Bühnen ausgebaut. Wir müssen unser ganzes Material vom Platz schaffen. Es werden Container verräumt. Und das alles zu koordinieren, sowohl die Gewerke als auch unser Personal, ist somit unter unsere größte Herausforderung am Montag. Gerade noch schwer vorstellbar, aber wenn alles nach Plan verläuft, soll hier spätestens am Mittwoch alles abgebaut sein. Und dann kann auch der neue Rasen ausgesät werden.